Ich sah halt den Ausgang und hab mich den halt genommen. Hab ihn, 101er. Ein Fritz. Aber er kennt scheinbar weder, dass man da reparieren kann, noch... Ja klar, ein eigener schießt mich wieder von der Palisade runter. Vielleicht soll das ein Ding, wenn... Ja schon, ne... Oh, da hinten sind viele. Klingt gerne in den Arsch. Boah, wie ein Assist... So, wir drücken rein. Also hier ist schon echt übel, zu fahren. Ja. Lass mir rein drücken. Endlich. Vor dir. Vorne, 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 vorne. Wo vorne? Ja, am Stein, jetzt ist er weg. Wo, Stein? Vorne, an den Dingern. Vorne, guck gerade, gerade. Ah, jetzt ist er weg. Äh, da, da, da. Ja. Nur Assist, nur Kill Assist. Nice. Achtung, Flasch. Ja, oben, oben, oben. Oben. Weg vor uns. Ah, der läuft da rechts. Ja, vor uns. Wow, wow, wow. Jo. Das war gut. Wir waren schön am Hangplatz. Alter, wie viele der laufen. Hab man von unten gar nicht gesehen. Fuck. Ja, so sechsmal können wir das noch machen, bis meine KT scheiße wird. Also ich bin noch sechs positiv. Das kann man schon noch ein wenig machen. Und vielleicht komm ich auch wieder rein, Roadkills zu ziehen. Vielleicht. Ich zieh wieder einen, ne? Wir trainieren jetzt unsere Absprache wieder. Gerade eben war es immer noch so, dass du noch Schwierigkeiten hattest. Aber das wird wieder. Ich bin mir sicher. Wo bist du gespawnt? Gar nicht. Spawst du bei mir? Ja, warte kurz. Boah, leck. Scheiße. Ach was. Wo ist denn der Junge jetzt? Er ist still, ich muss bitte nur... schreiben und so. Och man, ich hab keinen Bock mehr. Ja, geht's schon los. Schau, da spielt er wieder ein Stückler und dann, jo, scheiß Spiel. Kein Bock mehr. Dann zu mir was sagen, wenn ich sag, kein Bock mehr. Weißt du? Hehehe. Ja, da sind unsere Minen, okay? So, wir fahren jetzt wieder da hoch und diesmal holen wir sie uns. Allesamt werden sie jetzt sterben. Guckst du nach Minen? Aber hier waren die letzten. Ja, fahr'n's. Der Wichser. Ich hab' ihn. Der Drift war grad schön. Den hab' ich schön erwischt. So, vor uns am Pfosten. Pfosten? Pfosten? Er hat sich verlegt. Da ist noch einer oben am Pfosten. Und links von uns am Pfosten ist auch ein Spion. Links oben. Runtergesprungen. Oh, Alter, nein. Oh, fuck. Ich hab' ihn getroffen. Was? Ja, von unten kamen Pistollenschüsse. Ähm, Sander. Ja, ich hab's auch gesehen. Oh, nicht gut. Darf' ich du, Sander. Genau, da, irgendwo links. Oh. Fuck. Fast tot gewesen. Ja, das lief schon noch. Ein Terraner, okay. Warte, die Terraner haben die Base. Fuck, Alter. Mein Terraner ist mal ein VP, Alter. Äh, oh, oh. Wo, was, wie, wo? Da ist ein Lightning. Oh, das ist böse. Ja, eben. Stirb doch jetzt endlich, fuck, fuck da, Idiot. Ihr bekommt Probleme mit Wano-Lightning. Hm. Ja. Was, ich hab' den nicht bekommen. Ich auch nicht, weil du... ...übis hart gefahrt bist. Ja, ich bin eigentlich voll mit dem Rad durch seinen Kopf gesprungen. Du war'n Headstone-Mobil. Ja, hat er durchs Spiel anders gesehen, ne? Heute und Swans. Nice. Äh. Das ist der 80er. Ach, da unten. Sind zwei. Ja. Oh, da kommt ein Lightning, jawoll. Oh, Lighting. Oh, ich hab' alle Minion gesehen und die Lighting hinter mir auch. Die wollten den Kampf, die kriegen den Kampf. Hätten sie noch. Erstmal wieder Nitro. Und, und Reps und Ammo und alles. Äh. Oh. Aber Rep ist kein, ähm, Ammo ist keiner mehr hier, oder was? Ammo hab' ich doch noch genug. Okay, aber es ist auch keiner mehr da. Er wohnt an 70. Guckst du mal Minion hier? Ja. Rechts ist einer. Oh, der ist... Next. Oh. Oh, wir haben Sundys hinter uns. Ich fahr' mal lieber schneller. Hm, wo der hin ist. Scheiße. Ach, schreckt nicht. Oh, oh, da vorne ist ein Tyrant. Bin einfach mal quer reingehalten, ne? Hab sogar ein eigener erwischt. Scheiße. Ich hab' gerade eingebildet, ich hab' den Schatten längst gesehen. Ja, ja. Oh, da, da, da. Das ist ein, ähm, Santan-Sonderer. Ja, warte. Ein Santan-Sonderer? Ja, Santan-Sonderer. Was ist ein Santan-Sonderer? Was halten hier schon wieder? Ah, Markus ist ausgestiegen. Nein, ich bin ausgestiegen. Ich werde nicht mal unterscheiden, was die Minen ist. Oh, das ist... Das sind mehr. Mehr Minen auf das Land. Ist auf die Minen von mir. Ja, aber es geht nicht, wenn der Sonderer vorstellt. Mehr Minen auf das Land. Nice. Das war so ein richtiger Arschfick. Und was habt ihr jetzt gemacht? Ja, und da ist noch ein Tarn-Sonderer. Da ist noch ein Tarn-Sonderer. Ist einfach so. Eingeholt. Wenn die Tarn-Sonderer fallen da. Oh, lebt. Nein, ich hab' keine mehr. Scheiße. Ah, hab' zu spät gesehen. Oh, das ist ein Leitner. 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 Das ist immer gestorben. Da. Und da? Was ist da? Nein, da. So, jetzt muss ich zu dem Leitner wieder fahren. Bist du schon da? Ja. Oh, Mann. Und ich muss verbinderte überfahren. Das ist ein innerer Zwang. Ja, hab' ich halt gesehen. Das ist ein innerer Zwang in mir. 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 Wir kämpfen jetzt fast eine Stunde an dieser Drecks-Space. Wir kommen kein nächstes vorwärts. Das ist ein schöner Kampf, muss ich sagen. Das ist ein schöner Kampf, muss ich sagen. Ich hab' einen überfahren. Level 101er. Oh, das ist doch gut. Oh, das ist doch gut. Oh, da war das Fahrzeugabwehr. Geschützt. Aber, Yolo, ich hab' rückwärts im Gang Level 101er überfahren. Ich hab' zwei gemacht. Das war eine gute Runde. War' ich ne gute Runde. Okay, wir nehmen wieder den selben Sandy. Hä? How is that? Ja, hinten. Ja, ja. Selben Sandy zum spawnen, meine ich. Achso. Razzor. 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 Razzor Z7. Der X17. Oh, das ist wenn der Lappen will. Eklig. Wir haben das ausgenommen gelaufen. Ähm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Diese Logik muss man verstehen. Ich sah halt den Ausgang und dann hab ich den genommen. Da ist er. Habe ihn. 101er. Ja. Ein Fritzator, Jay. Er ist nicht der Sonder. In der Bühne laufen, weißt du? Wo so Zeitvertreibung ist. Fuck. Jo. Wir haben jetzt heute. So. Ah, ist dann unsere? Unsere, unsere, unsere. Ja, ich sehe auf Distanz sieht man immer nur die Formen, weil sie am Boden liegen. Und dann bremse ich schon immer runter. Ist auch sicher so. Ist auch gut so. Aber sonst... Ah, Jay. Oh, gehen wir zur Futur. Lass mal Futur überfahren. Nein. Ist so. Du bleibst einfach stehen. Nee, machs wirklich. Nein! Da hinten sind noch welche. Rechts ist einer. Ja. Dort. Dort. Oh, da ist noch einer. Er hat wirklich gesprungen. Ja, ich sehe keinen. Doch da, der ist da hinten hingelautscht. Und jetzt. Warte ich nochmal hier. Hier ist nichts. Da ist nichts. Da hinten sind noch. Der ist da lang gelaufen, wo ich jetzt sage. Da hinten rein, Alter. Ja. Mit Shotgun da hinten. Genau. Da hinten irgendwo im Arsch der Welt. Da bewegt sich was. What the? Oh ja, da ist er. Hä? Wie? Außenstein. Außenstein. Erstmal Ding aktivieren. Wärmevisier. Oder wie es heißt. Ja, ja. Wärmevisier. 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 Oder HSR. Ja. Ganz pros. Witzig. Da vorne auf dem Berg sind viele. Da fahren wir hin. Wir fahren nicht uns an. So, Leute. Das war's jetzt wieder eine Stunde lang Blendezeit mit uns dreien Lappen. Und ja. Ja. Was soll ich denn? Wollte ja noch was sagen? Ja, hab ich noch was sagen. Kam sogar mal raus. Weiß. Also, Leute. Wir sind raus. Bis nächste Woche. Und tschooo. Bis zum nächsten Mal. Peace.